Die Blutegeltherapie ist eine der ältesten Heilverfahren in der überlieferten Medizingeschichte. Schon 3300 v. Chr. sollen die kleinen Blutsauger in Mesopotamien zu Heilzwecken eingesetzt worden sein. Heute erlebt diese alternative Behandlungsform eine echte Renaissance. Heilpraktiker Dietmar Müller arbeitet schon seit über 30 Jahren mit den Egeln. Also den Blutegel, den gibt es schon seit Jahrtausenden. Jede Kultur hat sich eigentlich schon mit Blutegeln beschäftigt. Die Chinesen haben das gemacht, die Inder haben das gemacht, die Afrikaner, natürlich auch die Europäer. Der Blutegel, der medizinische Blutegel heißt Herudo medicinalis. Und wichtig ist, dass es ein apothekenpflichtiges Arzneimittel. Also man kann nicht einfach irgendwo im Weiher gehen und den ausbuddeln oder so und dann benutzen. Unsere Online-Redakteurin Luna hat sich vor etwa einem Jahr die Bänder am Sprunggelenk angerissen und leidet seitdem immer wieder an Schmerzen in diesem Bereich. Eine Behandlung mit Blutegeln könnte die Schmerzen lindern. Also ich kann sagen, eine Blutegeltherapie ist in einigen Indikationen ein guter Versuch. Ich kann nicht sagen, das ist ein guter Versuch, dann würde ich ja Heilsversprechungen machen. Das mache ich nicht, aber ich rede dann immer vom guten Versuch und ich möchte die Blutegeltherapie in vielen Bereichen nicht missen. Obwohl es diese Therapieform schon so lange gibt und fast überall auf der Welt praktiziert wird, ist wissenschaftlich kaum etwas über den Erfolg einer solchen Behandlung gesichert. Die Forschung ist nicht weit, kann man sagen. Das steckt jetzt in den Kinderschuhen. Es gibt einen Professor aus Berlin in der Charité, der sich dieses Themas angenommen hat. Und zwar er hat eine Doktorarbeit begleitet. Da hat man nachgewiesen, dass eine Kniegelenksarthrose oder Gonarthrose, nicht nur eine, mehrere auch positiv beeinflusst wurden durch eine Blutegeltherapie. Also das ist langsam im Kommen. Man kümmert sich jetzt um diese alternativen Heilverfahren. Die Blutegel kommen von einer großen Zuchtfarm in Hessen und werden von einem Kurierdienst in einer kleinen Styroporbox direkt in die Praxis nach Hannover geliefert. Hier bei den Temperaturen haben wir so ein kleines Kühlpack. Das kennt man, das ist nur so ein bisschen kleiner. Die mögen nämlich die Hitze nicht so, die mögen es lieber cool. Man hat hier so ein kleines Leinensäckchen. Da sind die drin. Man sieht schon diese dunklen Streifen. Und damit die nicht ausbüchsen, hat man hier einen Kabelbinder genommen. Also die sind fast wie kleine Formwandler. Die würden sich überall durchquetschen und dann büchsen die aus. Vor der Behandlung darf mindestens einen Tag die zu behandelnde Stelle nicht mit Seifen, Duschgelen oder anderen parfümhaltigen Produkten in Berührung kommen. Die Egel könnten vom Geruch irritiert werden und dann beißen sie auch nicht. Nach der Reinigung der Stelle kann es losgehen. Da gibt es halt schnelle und langsame Jungs von... Die verpiedelten sich, die wollen gar nicht so sehr ins Licht. Oh, ist der schnell. Boah, der ist echt schnell. Es kann, aber das ist extrem selten, zu Infektionen kommen. Aber das kann auch bei einer normalen Injektion sein. Die Haut... Jetzt beißt er, oder? Jetzt beißt er. Jetzt beißt er. Ich spüre, dass es beißt. Ich spüre, könnte man auch mit einer Nadel die Haut anpiksen. Die Tiere würden das Blut riechen und wüssten direkt, wo sie ansetzen können. Bei Luna ist das aber nicht nötig. Bis zu zwei Stunden können die Egel saugen und dabei das Fünffache ihres Körpergewichts an Blut aufnehmen. Es könnte durchaus auch in Bächen, Flüssen oder Seen passieren, dass sich Blutegel am Körper eines Menschen festbeißen. Dann ist es wichtig, dass man nicht versucht, den Egel in irgendeiner Form abzuziehen, sondern einfach wartet, bis dieser von alleine abfällt. Im Speichel der Tiere ist unter anderem der Stoff Hirudin enthalten, der die Gerinnung des Bluts verhindert. Daher können nachdem bis heftige Nachblutungen auftreten. Ein Verband nach der Behandlung ist daher unerlässlich. Nach einem Tag muss ein Blutegelpatient zur Nachkontrolle und zum Verbandswechsel wiederkommen. Okay, Frau Hakim, wie war die Nacht für Sie? Ja, also es hat halt die ganze Zeit durchgeblutet. Schmerzen waren nicht da, aber Blut ist die ganze Zeit geflossen. Man sieht, das ist wirklich eine blutige Angelegenheit. Die hinterlassene Wunde ist allerdings nur ganz klein. Und schöne Narben entstehen bei dieser Behandlung nicht. Und jetzt säubern wir das noch und dann kriegen Sie einen leichten Verband drauf und dann sind wir durch. Sie können mich ja in 14 Tagen wieder kontaktieren und mal sagen, wie es Ihnen damit geht, jetzt dem Fuß. Und eventuell würden wir das dann nochmal wiederholen, aber dann erst so in vier bis sechs Wochen. Aber wir schauen mal, was es gebracht hat. In der Regel werden Behandlungen beim Heilpraktiker nicht von der Krankenkasse übernommen. In der klassischen Schulmedizin sind Verfahren, die Heilpraktiker schon seit Jahren anwenden, häufig nicht bekannt und werden nicht als Behandlungsmöglichkeit dem Patienten vorgeschlagen. Ich würde mir wünschen, dass die Schulmedizin und die Naturheilkunde einfach enger miteinander zusammenarbeiten und zwar zum Wohle des Patienten. Das müsste mal langsam aufhören, dass man sich da nicht wohlwollend gegenübersteht. Ich habe da keine Probleme mit. Ich arbeite gern mit Ärzten zusammen. Das ist immer ein fruchtbarer Austausch. Also ich sehe dem, sage ich mal, doch positiv entgegen für die Zukunft. Dankeschön.